So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4.2 Trails of Trust. Die Geschichte machen wir jetzt da. Wir holen uns rein, die Sanada Brüder. Wie man sieht, alles wieder fertig hier und wir machen es auf normal, so wie immer. Ich wünsche euch mal viel Spaß mit der Cutscene. Ich bin der Fall von der Hohse, der Konekseg, der Konekseg, der Konekseg. Ich bin der Sanada, der Konekseg. Ich gebe euch. Ich bin der Konekseg. Ich bin der Konekseg. Ich gehe jetzt auf den Krieg. Ich gehe jetzt auf den Krieg. Ich gehe jetzt auf den Krieg. Kassin-Akech光秀に打たれた この返事を受け信長の領地に各大名が進行 天下は再び動乱の時代に突入する 空白地となった旧武田寮の貝屋氏なのにも 徳川、上杉、北条といった有力大名が攻め入った Fragi-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio. Fragi-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio. Fragi-Lio-Lio-Lio-Lio-Lio. Ja, das war's auch schon. Ja, mir fehlen die Totems extremst. So, let the battle begin. Und so wie immer, die Map. Die herrliche Karte. Das ist sehr nett. So, dann gehen wir's an. Kann man das zerstören? Tatsächlich. Geile Sache. Kann ich da durch? Naja, kann ich nicht, okay. Gut, gut, gut. Also alles krieg ich nicht hin, was ich will. So, erstmal Nummer 1, gut. So soll es sein, so steht es beschrieben. So, das war mal Nummer 1, so. Und das ist Nummer 2, so. Ist er doof? Ja. Okay, passt. Da rechts wollen wir nicht gehen. Dann gehen wir mal mit dir. So, räum doch ein bisschen auf, Mädchen. Die Baracke gehört auch gleich uns. Er hat uns nicht gesehen. Haha, den sind wir in den Rücken gefallen. So, wo ist denn jetzt? Lassen die keine Items mehr fallen? Anscheinend. So, die Dinger machen wir da gleich kaputt. Ich glaube, das ist dann auch ein Ziel. Bin mir aber nicht sicher. So, mit dir gehen wir da jetzt mal weiter. Komm, stirb. Oh ja, der lässt was fallen. Sehr brav. So, da komme ich auch nicht durch. Äh, okay, gut. Er will, dass wir... Ah, da hätte man durchgehen können. Habt ihr das gesehen? Da war so ein Geheimweg. Ja, ja, ich weiß schon. Ich hab's schon gesehen. Danke. Aber scheiß drauf. So, ein paar Leute noch mitnehmen da. Aber das bringt sich, glaube ich, nichts. Das schaffe ich nicht, dass das jetzt voll wird. Sonst hätten wir den Hyper-Modus eingehaut. Danke. Und ab geht's. Mokusch. Ein Eichhörnchen. Hahaha. So, das war's mit dir. Passt. Und du bist Nummer zwei. Na, komm her da. So, die nehmen wir alle mit. Kann ich da oben durch? Ja, da kann ich durch. Sehr gut. So, komm her da. Die nehmen wir natürlich auch mit, wenn ich da schon mal vorbei muss. So, da brennt's. Das ist ein Wahnsinn, hörst. Anscheinend haben die keine Feuerwehr da. So, danke. Da unten haben wir noch einen. Keine Angst. Ich hab dich schon gesehen. So. Rotes Totem. Nimm ich sehr gerne mit. So, wir müssen da oben rechts. Und da ist er. Mr. Fahne. Schminker. So, wir machen kurz Charakterwechsel. Der braucht da oben Hilfe. Jo, danke. Ich bin grad dabei. Das passt. So, da haben wir einen. In die Goschen. Sehr gut. Der ist auch weg. Der flirgt da. Wahnsinn. So, wir müssen jetzt wieder alles aufgehen, da. Da haben wir noch so einen. Der ist gar nicht... Er ist nicht um auf der Karte, nein. Komisch. Ab und so sind sie oben. Manchmal nicht. Nicht wurscht. Hauptsache, ich seh sie halt. Das reicht mir auch schon. Oder vielleicht, weil der Kommandant schon down ist. Könnte möglich sein. So, der eine ist down. Der lebt noch. Aber ich mein... Der ist auf down. Haben wir da eine Parake zum Einnehmen? Naja, sehr gut. Warte, ich hilft da. Ach Gott, komm raus da. So, das war's mit ihm. Da rauchen wir ganz kurz durch. Da helfen wir euch. So, Sanada. Dein Part. Na komm, tackl zu was. Macht's mal selber auch mal was. So, wie viele sind denn das? Drei, okay. Na komm, gib ihm. Kann ja nicht wo er sein. Jetzt da. Und... BAM! Ah, schade. Okay. Passt schon. Super. So, wo ist denn der dritte jetzt? Ich hab keine Ahnung. Oder hab ich jetzt schon alle drei? Ich hab keine Ahnung. So, sie ist auf jeden Fall gleich da. So, da räumen wir ganz kurz auf. Gegen die Ina, da verwenden wir schon einmal. Ist super Kombo, Alter. Bis zum geht nicht mehr. So. Einmal. Zweimal. Irgendwas hab ich nicht geschafft. Ach so, das Sanada hätt's umbringen sollen. Ja gut, was mir interessiert. Tod ist Tod, oder? Das passt schon so. So, und das nehmen wir uns auch gleich mit. Zack, zack. So, da stehen alle meine Leute. Können wir da schon runtergehen? Oder da zumindest. Da würde ich gerne reingehen. Da sind auch noch zwei. Wir warten kurz, kurz, bis die da ausgesprochen haben. Jawoll. Und jetzt schon. Gehen wir eine da. Tut's euch zusammenrotten, meine Herren. Oh, ich bin ja gerade dabei. Es blinkt, wenn ich... Ich zieh gerade alle Meier machen. So, zwei von zwei. Alle weg. Super. Nehmen wir alles gerne mit. Zack, zack. Erfahrungspunkte. Irgendwas haben wir noch gehabt, oder? Irre ich. Vielleicht irre ich. Für jeden Fall gehört's jetzt mir. Da ist auch der Baracken-Kapitän. Du gehst da gerade runter. Du geh runter von deinem schissenen Pferd. Da. Spürst du die Macht des Eichhörnchens? Attacke. Ah, das meint nicht so viel Schaden. Ja, der Typ hat auch eine gewisse Verteidigungsanzahl. Das ist ja nicht normal. So, habe ich dich nochmal zurückgeworfen, ha? Dass ein Mädchen da sowas kann? Hahaha. Ja, schau, da teppert der Wichser. So, treffe ich ihn eh. Ja, ja, treffen tue ich ihn. Und down ist er. Sehr gut. Ne Waffe, okay. So, kann ich schon raufgehen zu dir? Kann ich dir den Popo versohlen? Haha. So, Sanada. Dein Part. Kann man da hinten noch irgendwas zum Einnehmen? Scheint nicht so. Keine Baracke, nix, okay. Na dann? Na dann? Ja, da hinten wär's gewesen. Na, is ja wurscht. Is ja wurscht. Ein Totem weniger. Der Boss lebt eh noch. Noch lebt er. So. Da haben wir's. Die Baracke würde ich gerne trotzdem noch einnehmen, wenn ich jetzt noch die Gelegenheit habe. Sehr gut, ein grünes Totem. Hat sich doch ausgezahlt. So, wo bist du denn? Da ist er. Und... Tschüss. Ja, jetzt sag nicht, dass ich ihn jetzt nicht triff. Oh ja, triff ich ihn eh. Gut, 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 gut. So. 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 Victory. Fertig. Die erste Map. Ganz, ganz schnell gemacht. In 12 Minuten. 13 Minuten. Entschuldigung. So. Dankeschön für die ganzen Waffen. Und viel Spaß mit dem Outro. Wollen wir besser gesagt mit der Katze ihn. Das ist ganz schnell. Sieht nicht. Sieht nicht. Sieht nicht. Das ist doch... Sie ist eine sehr gute Frau, aber... ... Sie ist ein guter Mensch... ... Sie ist ein guter Mensch... ... Sie wissen, was Sie? Ah, der... 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 ... Der... Der... ... Der... Der... ... Der... Ich bin noch nicht verraten. Ich bin noch nicht verraten. Das war's mit dem ersten Part, mit Trails of Trust. Im nächsten sehen wir die zweite Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.